Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meisten von Ihnen haben in den letzten Tagen die neue Superkarte mit ein paar zusätzlichen Überraschungen zum Profitieren im Briefkasten gehabt. Unter anderem der Band für 10-fache Superpunkte, die Sie an einem Tag nach Ihrer Wahl vom 1. bis 17. März in Ihrem Co-Bladen einlösen können. Dort können Sie jetzt auch den neuen Superkatalog abholen. Neben den bisherigen Prämien gibt es viel Neues im Katalog, wie Zeitschriftenabos und Kinoeintritte. Auch ein Messerset von Sabatier für die perfekte Küche ist dabei. Das sollte man ja schon fast haben. Gell, Armin? Mit professionellen Messern geht alles einfacher. Schneller und sicherer. Grüezi miteinander. Wenn Sie selber Fragen zu Superkarten haben oder zum Beispiel nicht recht wissen, wie und wo eine Superprämie bestellen, dann stehen Ihnen jetzt freundliche Helferinnen und Helfer zur Verfügung. Einer davon ist heute Gast im Studio. Herzlich Willkommen, Tobias Konrad. Herr Konrad, Sie sind einer von diesen 2000 guten Geistern, die während 14 Tagen in unserem Laden auf Kundschaft warten. Was sind Ihre Aufgaben? Wir stellen immer wieder fest, dass der Umgang mit der Superbox noch einige Mühe bereitet. Wir zeigen denen, wie einfach das geht. Zum Beispiel, wenn wir direkt im Laden eine Prämie bestellen möchten an der Superbox. Und was kommt am meisten vor? Es gibt Leute, die gerne eine Zusatzkarte oder, wie schon erwähnt, möchten Sie eine Prämie bestellen. Denn uns ist aufgefallen, dass bereits sehr viele Punkte auf diesen Konten sind. Und ganz nebenbei erfahren wir auch, was die Leute eigentlich so von uns denken. Und das ist auch schon die Wettbewerbsfrage unserer Zuschauer im Studio. Wie viele Superpunkte braucht es für das grosse Kuchenmesser von Sabatier? 4'500 Punkte, 6'500 Punkte oder 8'500 Punkte? Die richtige Antwort verraten wir Ihnen gerade nach dem Rezept mit dem Armin Amrain. Bei Kup sind zurzeit alle Blätterteig und Kuchenteig in Aktion. Logischerweise gibt es also etwas mit einem Teig. Und das wäre heute ein Rüeble Gemüsepastete. Die verschiedenen Gemüseverpfüllungen rüsten, schälen und in viele Streifchen schneiden. Romanesco in kleine Rösalie teilen. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Alles im Anken, ca. 5 Minuten dämpfen. Mit Pfeffer, Paprika, Musket und Salz würzen. Jetzt den Boden und den Rand eines Kuchenblechs mit einem runden, ausgerollten Blätterteig mitsamt Backpapier auslegen. Der Teig sollte mindestens 1 cm über den Rand ausschauen. Den Boden gut einstechen. Mit Parmesan bestreuen und das Gemüse darüber verteilen. Im Guss aus Eier Halbrahm und Parmesan darüber verteilen. Die Teigränder nach hinten klappen und mit Eigelb bepinseln. Jetzt möchte ich den Teig als Deckel oben draufgeben und gut andrücken und das Ganze mit Eigelb bepinseln. Die Teigränder oben aufkleben und nochmal anpinseln mit ein wenig Eigelb. Nach 50 bis 60 Minuten im vorgeheizten Offen kann man die Basteten mit einer grünen Salate servieren. Auch das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke Armin. Und jetzt zum Wettbewerb. 6'500 Superpunkte braucht es für das Sabatiermesser aus dem Superkatalog. Also hat eine grüne Karte gewonnen. Herr Konrad, bitte. Richtig getippt und damit ein Nachtwessen im Restaurant Le Klopp auf dem Bürgerstock gewonnen hat Frau Grünico. Herzliche Gratulation. Danke für das. Gratulieren. Das ist der Gutschein. Danke. Ich danke allen recht herzlich für das Mitmachen und besonders Ihnen, Herr Konrad, mit dieser Aufmerksamkeit aus unserer Blumenabteilung. Besten Dank. Sie haben es vorhin gesehen, bei der grossen Mehrheit ist die Superkarte beliebt. Und das zu Recht wegen den vielen Vorteilen, die sie bietet. Kritik ist aufgetaucht wegen dem Abrunden vom Einkaufsbetrag auf jeweils 10 Franken. Auch diesen Punkt haben wir verbessert. Seit Anfangsjahr gibt es für jeden Franken einen Superpunkt. Und nach wie vor können Sie bei verschiedenen Produkten noch zusätzliche Superpunkte sammeln mit dem Punktenangebot. Diese Woche zum Beispiel offerieren wir Ihnen einen bunten Strauss mit 300 Zusatzpunkten. Das wäre es gewesen für heute aus dem GOP-Studio. Mehr Befrühlingsblumen zeigen wir Ihnen in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.